Also Versuch Nummer zwei. Ich habe kurz überlegt heute früh, als ich wach geworden bin, ob ich in alter oder neuer alter Umgebung meinen Vlog aufnehme und jetzt habe ich mich entschieden, einfach erstmal umzuräumen und dann alles andere zu tun. So, wir sitzen jetzt im Zimmer, wo ich vorher auch schon war, was ich vor einem, naja gut, einem halben Jahr verlassen habe und heute bin ich hier wieder eingezogen. Habe alles so weit hingestellt, hin und her geräumt, geputzt, ein bisschen verkabelt, verschraubt, was auch immer. Es ist auch noch nicht alles fertig, das sieht man vielleicht auch im Hintergrund, der ist noch nicht ganz so schick, aber so wie es ist, passt es eigentlich schon mal ganz gut. Ich habe eben schon mal eine Aufnahme gemacht und dann war irgendwie noch ein Stream zwischendrin angegangen, weil irgendwie die Maus nicht richtig reagiert hat. Ja, seltsam, seltsam, seltsam. Vielleicht muss ich einen anderen USB-Port benutzen oder so, ich habe keine Ahnung. Ja, es ist mittlerweile 14.07 Uhr am 11.08.2018. Ich habe für heute die Rumräumen, Aufräumen, was auch immer, auch Arbeiten erledigt und werde jetzt mir was zu essen machen und dann irgendwann ein bisschen spielen und heute Abend dann Walking Dead weiterzucken. Ja, das ist so der Plan. Wir haben ein paar Sachen im Regal stehen, die sieht man jetzt aber noch nicht so gut, da muss ich dann noch die Kamera ein bisschen hin und her schieben, umstellen. Aber so weit, wie gesagt, läuft jetzt erstmal alles wieder einigermaßen. Und ich werde jetzt, glaube ich, noch ein bisschen beim Benni im Stream zuschauen, während ich Essen mache und dann gucken wir mal, was der Rest des Tages so mit sich bringt. Morgen ist dann auch nochmal ein bisschen Aufräumen, Putzen vor allen Dingen angesagt, damit dann, wenn Stefan demnächst wieder hier ist, da auch einen relativ sauberen und ordentlichen Platz für sich vorfindet. Ja, das ist es soweit von mir. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen wunderschönen Samstag noch. Genießt die kühle Luft, solange sie noch da ist. Am Montag geht es dann wieder los mit 32 Grad oder so. Ich freue mich riesig drauf und ihr euch wahrscheinlich auch. Und ansonsten würde ich sagen, vielleicht bis heute Abend bei einem oder anderen, bei dem einen oder anderen Walking Dead A New Frontier Stream. Ja, also dann, bis demnächst, renn ihr hauen und tschüss.